Was bewirkt Tiefenentspannung? Was bewirkt Tiefenentspannung auf der körperlichen Ebene, auf der energetischen Ebene, auf der psychischen Ebene? Tiefenentspannung ist eine der wichtigen Teile des Hatha-Yoga. Tiefenentspannung wurde auch von der westlichen Medizin und der Psychologie übernommen aus dem Hatha-Yoga. Tiefenentspannung bedeutet, dass man eine Weile sich entweder hinlegt oder bequem hinsetzt und dann bestimmte Techniken übt, um Körper und Psyche zu entspannen. Es gibt da verschiedene Verfahren, bekannt sind zum Beispiel autogenes Training, dann progressive Muskelentspannung, auch Fantasiereise, Body Scan, kombinierte Yoga-Entspannung, Yoga-Nidra, sind einige dieser Tiefenentspannungstechniken. Und was bewirkt Tiefenentspannung? Zunächst einmal ist Tiefenentspannung so etwas wie die vegetative Umschaltung. Menschen heutzutage sind oft gestresst, das heißt, ihr Stresssystem ist aktiv, es wurde immer wieder aktiviert, so sind Stresshormone im System, so ist der Sympathikus aktiviert, so ist der Blutdruck höher als er sein sollte, so ist die Muskelanspannung größer als sie sein sollte, so sind die Reparaturprozesse im Körper nicht so gut, Autoimmunerkrankungen, Entzündungen werden nicht heruntergefahren, Immunantwort ist gestört. Was bewirkt jetzt die Tiefenentspannung? Sie führt dazu, dass die Stresshormone abgebaut werden, dass der Sympathikus runtergefahren wird, also Blutdruck wird gesenkt, Pulsfrequenz wird gesenkt, elektrischer Hautwiderstand wird erhöht, es werden Glückshormone freigesetzt, Immunzellen werden regeneriert, der Körper heilt sich selbst besser, entartete Zellen, wie zum Beispiel Krebszellen, werden besser abgebaut, die Krankheitsabwehr wird verbessert, Körperzellen werden regeneriert. Also auf einer körperlichen Ebene ist Tiefenentspannung eine wunderbare Weise, um zu entspannen, Krankheiten vorzubeugen, Krankheiten zu heilen, den Körper in einen Reparaturmodus zu bringen. Was bewirkt also Tiefenentspannung? Gesundheit, Fähigkeit besser mit Stress umzugehen und verbesserte Heilung. Was bewirkt Tiefenentspannung auf einer energetischen Ebene? Heutzutage sind viele Menschen gestresst, sie sind überarbeitet, sie fordern sich sehr viel. Tiefenentspannung führt zu einer Regenerierung. Nach einer Tiefenentspannung bist du voller Energie oder wenn du vor der Tiefenentspannung sagst, du willst gut einschlafen, kannst du gut einschlafen. Was bewirkt also Tiefenentspannung? Auch, dass du mehr Energie hast und dass du auch besser schlafen kannst. Und so ist Tiefenentspannung eine sehr gute Vorbeugung, wie auch Heilung von depressiven Verstimmungen und auch Ängsten und Ängstlichkeit. Was bewirkt also Tiefenentspannung? Eine Vorbeugung und auch Heilung von psychischen Beschwerden und Erkrankungen. Zu jeder Psychotherapie sollte auch Tiefenentspannung dazugehören. Die Psychotherapie funktioniert besser, wenn der Klient auch Tiefenentspannung übt. Tiefenentspannung also vorzüglich auch gegen Ängstlichkeit und auch gegen Depressivität, weil beides meistens auch und gerade mit Stress und Überlastung zusammenhängen und Tiefenentspannung regeneriert. Was bewirkt Tiefenentspannung geistig? Tiefenentspannung bewirkt auch mehr Freude. Dadurch, dass der Mensch sich regenerieren kann, kann er nachher mit mehr Freude in den Alltag gehen. Tiefenentspannung hilft auch, mehr in sein intuitives Element hineingehen. Viele Menschen sind sehr stark abgelenkt, spüren sich selbst nicht mehr. Aber das sich selbst spüren, ist auch wichtig, um Zugang zu finden zu seiner Intuition und seinen inneren Kräften. Wer Tiefenentspannung übt, ist kreativer, weiß, welche Fähigkeiten er hat und sieht auch einen tieferen Sinn im Leben. Was bewirkt also Tiefenentspannung? Zugang zu kreativen und künstlerischen, zu intuitiven Kräften, was auch letztlich der Arbeit zugutekommt, was auch der Partnerschaft zugutekommt, was letztlich auch den Kindern zugutekommt. Was bewirkt also Tiefenentspannung auch? Bessere Beziehungen zu anderen Menschen. Wenn Du entspannter auf andere Menschen zugehst, kannst Du mitfühlender sein, verstehst den anderen besser, bist nicht so schnell gereizt und kannst auch die Gereiztheit anderer besser ertragen. Was bewirkt Tiefenentspannung noch? Tiefenentspannung kann auch Zugang geben zu höheren Bewusstseinsebenen. Manchmal kann es in der Tiefenentspannung geschehen, dass Du grundlose Freude erfährst, dass Du Dich öffnest, dass wenn Du aus der Tiefenentspannung rauskommst, dass Du irgendwo merkst, es gibt etwas Wunderschönes in dieser Welt. Nach der Tiefenentspannung den Himmel anzuschauen, Dein Herz geht auf. Wenn Du nach einer Tiefenentspannung in einem spirituellen Buch liest, verstehst Du es besser. Wenn Du nach einer Tiefenentspannung in einen Gottesdienst gehst, reagierst Du ganz anders darauf, als wenn Du aus dem Alltag hineinkommst. Tiefenentspannung kann Dich also auch öffnen für spirituelle Erfahrungen, und zwar zu authentischen spirituellen Erfahrungen. Tiefenentspannung hilft Dir auch gegen Fanatismus, weil Du nicht von Spannungen abhängst, Du kommst mehr zu Dir selbst. Und Du bist entspannt und damit zwar offen, aber doch klar. Also viele Wirkungen von Tiefenentspannung. Mein Tipp wäre, übe Tiefenentspannung und Dein Leben wird in vielerlei Hinsicht bereichert werden. Wenn Du mehr wissen willst über Tiefenentspannung, auf unseren Internetseiten haben wir ein ganzes Portal dazu, wo es zig Seiten gibt dazu und auch viele Übungsanleitungen, auch kostenlose Videoanleitungen. Und natürlich in den Yoga-Kursen bei Yoga Vidya ist auch immer eine Tiefenentspannung dabei. Eine Entspannungskursleiterausbildung kannst Du auch in den verschiedenen Yoga Vidya Ashram Seminarhäusern besuchen.